Hi Ladies! Isa fragte mich nach einem Outfit komplett in blau. Denn sie hatte nix ein Abschlussball und das Motto ist blau. Zumindest nicht der Zustand, sondern die Farbe. Und da habe ich ja hier ein wunderschönes blaues Outfit zusammengestellt, was sie zur Ballkündigung machen wird. Doch bevor ich auf dieses schöne Kleid eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, alle Tipps und Tricks, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Ballkönigin in blau? Geht das? Natürlich! Denn blau ist die Königsfarbe. Und hier habe ich Isa ein Abendkleid herausgesucht, was ja wirklich sehr, sehr edel ist. Warum? Ganz einfach. Das Kleid ist von Laura Scott und ist komplett aus Chiffon gefertigt. Und im Rockteil hat es zwei verschiedene Stoffe. Einmal den Unterrock, der blickdicht ist. Und da oben drüber ein Chiffonstoff, der transparent ist. Und dadurch, dass das zwei Stoffe sind, bewegt er sich richtig schön elegant, schon allein beim Laufen. Erst recht beim Tanzen. Und weil Isa mir gesagt hat, ich soll ihre Taille betonen, habe ich extra hier drauf geachtet, dass unter dem Bustier eine Zierleiste quasi komplett drumherum gefertigt ist aus vielen, vielen kleinen Silbersteinchen, was ihre Taille nochmal richtig schön hervorhebt und sie zu einem Blickfang macht. Und damit ist auch gleichzeitig der Rockteil zum Bustierteil sehr, sehr schön getrennt und hebt dadurch das Bustier richtig lecker hervor, wie ihr es seht. Denn man könnte denken, das Kleid ist ein Nickholder-Kleid. Ist es aber nicht, denn es ist hier vorne von der Designerin so schön geschneidert und gewickelt worden, dass es so wirkt und einen richtig leckeren Ausschnitt macht. Aber hintenrum seht ihr ja, dass es kein Nickholder-Kleid ist, aber drissen rückenfrei. Und es sieht dann wirklich sehr, sehr schmackhaft aus und lecker, weil man kann einfach seine Augen nicht von ihr lassen, weil es wunderschön aussieht. Und um das nochmal zu unterstreichen und um ihre Figur nochmal eins draufzusetzen, damit sie noch schlanker und größer wirkt, habe ich ihr, weil sie nicht so groß ist, eine Santalette herausgesucht von Buffalo mit einem Pfennigabsatz, der 11,5 Zentimeter groß ist. Und damit bekommt ihr eine Figur, die der Hammer ist. Und bei der Santalette habe ich extra drauf geachtet, wie ihr es seht, ist die Santalette obendrauf auch nochmal schön verschnürkelt, was sich quasi mit dem Bustier, mit dem Ausschnitt so widerspiegelt und das Silber auch wieder im Kleid sich wiederzufinden ist. Und das nenne ich ein Outfit. Obwohl, ein paar Teile fehlen mir dann noch. Denn ich weiß, sie braucht eine Tasche, aber hat extra gesagt, nicht so was Großes, sie mag lieber was Kleines, eine Klatsch oder so. Aber ich dachte, nur eine Klatsch oder so. Aber da habe ich hier eine Mini-Bag von Joop herausgesucht, die perfekt dazu passt. Sie ist zwar klein, aber ich verspreche euch, oho. Und eins kann ich euch gerade auch versprechen, denn jetzt hier eben gerade ist diese Tasche, die eigentlich über 100 Euro kostet, im Angebot, was ich da gefunden habe, ich glaube 30, 40 Prozent im Sale. Also wie ihr seht, ich gebe mir nicht nur Mühe, dass es gut aussieht, sondern ihr zu wirklich richtigen Schnäppchenpreisen bekommt. Und wenn ihr es haben wollt oder euch nie angucken wollt, dann klickt hier einfach drauf und werdet einfach damit glücklich. Und ich sage ja vorerst Wallkönigin. Und diese Krone möchte ich Isa wirklich jetzt mal aufsetzen, denn ich habe hier ein Armband herausgesucht, was in einem Königsketschen-Armband gedesignt ist. Das Königsketschen deswegen, weil diese Schmiedekunst, diese Verschnürgelungen ineinander heißt so und es ist komplett in Silbern gehalten und spiegelt sich somit quasi im Kleid, in der Tasche und im Schuh wieder und ist dann quasi eine Wallkönigin aus einem Guss. Und ihr könnt euch eigentlich noch mal vorstellen, wenn ihr dazu noch vielleicht ein paar silberne Uhrringe tragt und offene, wallende Haare und ihr damit den Ballsaal betretet, dass wirklich erstmal alle, wirklich alle euch anschauen werden und denken, das ist sie, die Ballkönigin. Und wenn ihr, wie Isa, die Ballkönigin sein wollt, zumindest so aussehen, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einem Anlass ihr geht und wie ihr ausseht, denn dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit für euch, genau für euch, zurechtsschneidern und natürlich euch damit glücklich machen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr hier oben mich einfach abonnieren und könnt sozusagen die Outfits immer angucken und die zugehörigen Deals nicht verpassen. In diesem Sinne, ihr seid meine Ballkönigin und wünsche euch damit einen wunderschönen Abend.